Die würde ich echt gerne finden. So, wir haben... Ähm... Nachforschungen. Das nächste... Ich wollte schwer... Triff dich mit den Waffenhändlern. Und was? Inventare. Wir haben eine... Ein Wutze gekriegt, oder? Klang der Stille. Gegner hören 50% weniger Geräusche, wenn Basim sich bewegt. Oh. Wann haben wir einen D gekriegt? Da haben wir noch nichts. Nachher erfolgreich, aber fügt der Folgen der Ange 50% mehr Schaden. Eigentlich vollkommener Schwachsing, weil... Nach einer Parade können wir mehr töten. Gegner aus der Nähe mit Wulfenmessern zu treffen, fängt 10% mehr Schaden zu. Wow. Das ist cool. Das? Hm. Schaut gut aus. Nehmen wir mit. Tasche? Beide ginsch. No, guck mal. Hier geht es. Hier geht es. Hier geht es. Die Unterräumen. Oh, das ist da drin. Womit ist das alles in der Mitte? Da war man gerade noch gar nicht. Dankeschön. Alter, die haben voll viel. Wir brauchen die Aussichtspunkte. Das wird's nix? Schade. Lass mich warten, wir müssen da rein. Und? Lass mich warten, da darf ich nicht drin sein. Guckst du. Trifft dich mit den Waffenhändler, dat würd ich ja gerne. Leute. Da schaut gut aus. Eher gesagt, da sieht Juda aus. Halt die Hälfte, Mann. Was machst du? Da ist irgendwo ein Schnellreise-Dingsy-Boomsy. Da. Das nehmen wir mit. Da ist ein Händler. Da können wir dann auch noch eine schauen. Fohlen überhaupt nicht auf. Ne. Die Kletterei. Hühner. So. Ja. Läuft doch so schon besser. Mann, mach kaputt. Juhu. Schade. Ah, ne. Schnell reiß ich home. Ich will da doch noch die Scherben sammeln. Wann geht denn das? Ja, ne. Darunter geht aber noch am Schänzen. Au! Hallo! Uns kämen wir noch nicht. Schön dich zu sehen. Schauen wir mal was du hast. Das kam frisch rein. Saptenrotz. Sehr nützliches Werkzeug. Das sollte reichen. Was das? Komm, lass mich gehen. Ich muss aufbrechen. Bis dann. Nein! Nein! Sorry! Au! Na klar! Was ist denn du mit mir? Hast du mir noch eine Geräusche? Oder was? Ja, genau. Da drüben ist eine Ruhe. Lass mich raten. Da definitiv. Wie es immer ist. Ey! Bring. Warum hältst du dich da nicht fest? Darüber. Jetzt bin ich neugierig. Wer? Wo? Hallo? Geh doch auf! Geh weg! Was ist da? Was sollst du da sagen? Uns ist eigentlich nichts dazu sagen. Was ist denn? So was nennen sie? Ah, sassierig. Bringt sie so gut. Irgendwann eigentlich lang. ein bisschen so weit weg sperrgebiet meine güte ist das alles unübersichtlich ich bin nicht unglücklich bei sie die haben schon fast käme sind du musst mich auch nicht sehen aber du musst mich auch nicht sehen was ist denn los da trüben ist was geschickt hervorragende kriege das bin ich auch der wollte immer bloß drei wir haben nicht mehr weit so komm runter ich kümmel schon fast selber ne triff dich mit den waffenhändlern leite mich in kido so so Stimmt irgendwo da dann, ne? Da schluckt sie aus. Danke. Du musst doch da irgendwo sein. Das ist wieder Aussichtspunkt. Den brauchen wir halt auch. Und sie grüßt. Talk. Bessie schickt mich. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Hast du eine andere Wahl? Kein Problem damit. Schöne Wetter. Ich weiß, wie man aus der Stadt kommt. Aber lass dir gesagt sein. Ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu erdolchen. Gibt es eine Gefahr zu bewältigen. Vorzugsweise von dir. Ja. Das ist ein Schöner, Schwester. Okay.